Gegen 11 Uhr sind zwei frische Exemplare eingetroffen. Ein junger Mann und eine junge Frau. Er ist am Morgen verstorben. Ein junger Mann und eine junge Frau. Beide mit Einschusslocken im Kopf. Beide mit Einschusslocken im Kopf. Magienzeichen seiner Körperwelten, bizarr in Pose gesetzte Tote im Silikon plastimiert für die Ewigkeit behaben. Leichenwärmlicht 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 Im Akkord werden Körper enthäutet, Gliedmaßen abgetrennt, Eingeweide herausgenommen und Menschenhaut zum Tropfen aufgehängt. Leichenwärmlicht 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 Bizarr in Pose gesetzte Tote mit Silikon plastimiert für die Ewigkeit.